Hallo, ich bin Corbinian Rüger, ich bewerbe mich fürs Europaparlament. Und ich mache das unter anderem deshalb, weil ich möchte, dass wir in Zukunft unsere Werte und Interessen der Welt verteidigen können. Und das geht nur mit einem souveränen Europa, denn kein Land Europas ist alleine stark genug, um das zu tun. Und deshalb plädiere ich dafür, dass wir die Vereinigten Staaten von Europa schaffen und das machen wir am besten sozialdemokratisch. Deshalb am 26. Mai SPD wählen. Europa ist die Antwort. Deshalb am 26. Mai die SPD wählen.